Wir sind hier bei den Fellbacher Weingärtner, machen gleich eine kleine Führung durch die Weinkeller. Danach steht noch eine Weinprobe an. Die Kickers, das ist einfach ein Traditionsverein, vor allem auch das Netzwerk. Im VIP-Bereich bei euch sind normale, anständige, liebe Menschen, die viel Spaß machen. Wir haben immer mitverfolgt, was bei den Stuttgarter Kickers vor Ort ablief. Jetzt freut es uns einfach wieder, als offizieller Medienpartner vor Ort zu sein, mit den Interviews die Spieler zu begleiten, den Verein zu begleiten, Aktionen vor Ort zu machen und einfach emotional mit dabei zu sein. Ich als Spieler sehe das Netzwerk natürlich total positiv. Die Sponsoren können sich untereinander vernetzen, aber auch wir Spieler profitieren davon. Falls sie da irgendwann mal Fragen haben oder Hilfe brauchen bei Praktika oder irgendwas anderem. Es ist wirklich so diese Familie, von der man immer spricht. Das wird gelebt. Das ist nicht nur so eine Floskel. Und klar, als Vertriebler, wir haben immer die Sicht, auch gute Kontakte zu knüpfen und da bin ich froh, dass wir auch wirklich die Kontakte leben. Da macht ihr auch einen sehr, sehr guten Job, dass ihr Leute zusammenbringt, die voneinander profitieren können. Und dann geht es um die Welt. Untertitelung. BR 2018